Sie fährt wirklich schnell. Ich hab's getan! Oh Gott, was tut sie denn da? Was tut sie? Oh Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Kiwi, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Sicher? Denn das war eine, wow, volle Genicklandung. Ja, so nach vorne geschossen, Genicklandung, noch kein Knochen gebrochen und wieder auf den Beinen. Wie kannst du noch am Leben sein? Keine Ahnung, aber ist schon okay.